Wedding Wednesday Magazin Staffel 1. Interviews, Musik. Und was haben wir noch gemacht? Coole Aktionen waren auch dabei. Exakt. Aber was ist jetzt die Message, die wir jetzt nach draußen schicken wollen? Dass es eine neue Staffel gibt. Das ist ja ambitioniert und gut. Bei uns erfahrt ihr wieder alles rund um das Thema Hochzeit. Das ist ja auch genau unser Thema, was wir in den letzten Wochen irgendwie haben. Wie praktisch. Natürlich auch wieder mit Gästen bei uns im Studio. Und Überraschung, es gibt in Kürze ein neues. Neue Staffel, neues Studio. Ja, das hört sich irgendwie logisch an. Ja, viel konnte man noch nicht sehen. Wir haben aber auf jeden Fall was Cooles vor. Absolut. Es wird wahnsinnig schön. Jetzt kommen wir zum letzten. Zum Sendetermin. Mittwoch 19.30 Uhr. Ne, 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 ne. Ach ja, jetzt immer um 21 Uhr. Aber der Tag bleibt der gleiche. Man kann an dem Tag. Wenn ich an dem Tag, wann dann? Also von mir aus kann es morgen losgehen, ne? Ja, nächsten Mittwoch geht es los. Ritsch da mal rein, weil ich bin schon ganz aufgeregt. Ich doch auch. Also Wedding Wednesday Magazin, die neue Staffel. Mega cool. Ab jetzt immer Mittwochs, 21 Uhr. Zu Hause anmachen, abends sich aufs Sofa setzen mit einem Glas Wein oder sowas. Und anschauen. Das war's von mir. Danke dir. Gerne. Bis Mittwoch.